Hallo, diese Woche ist Prag dran. Ich hatte ja gesagt, dass wir zuerst nach Bremen und dann nach Prag gegangen sind. Also da waren wir dann auch zwei Tage. Wir hatten leider nicht so viel Glück mit dem Wetter, aber wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Und an was ich mich am meisten erinnere, ist echt das Hochsteigen zu diesem komischen Wahrzeichen da in Prag. Das werdet ihr dann sehen. Aber insgesamt war Prag doch schön. Auf jeden Fall voll die Thuli-Stadt und natürlich habe ich auch meine Magneten von da her bekommen. Und ich hoffe, unser... Wie soll ich das beschreiben? Unser Aufstieg zum Berg oder was auch immer da war für euch lustig. Weil für uns war es eigentlich nicht lustig. Aber an sowas erinnert man sich dann für immer.